Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem kleinen Pokémon Diamant und Pearl Guide. Heute geht es darum, dass ein Seriencode verteilt worden ist, ich habe kommersoweit keinen per E-Mail bekommen, wo ihr eine Panflamme, Chillast und Blindfahr in der kleinsten Variante als Statue bekommen könnt für eure Geheimbasis. Wer ein Video zu der Geheimbasis haben möchte oder generell zu den Statuen, schreibt es mal gerne in die Kommentare, ist auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste, nur wenn ihr die Videos halt haben wollt, werde ich es ein bisschen früher hochladen, als sie eigentlich geplant sind. So, ich habe leider Gottes den Code jetzt schon eingegeben gehabt, weil ich eben die Aufnahmen vergessen habe zu starten und ja, also ihr könnt den Code hier einblenden, ja, da wird jetzt vielleicht irgendwo stehen, macht aber ganz kurz nochmal Stopp, nur falls, wenn der zu kurz da gestanden hat und gebt ihn bei euch ein, dieser Code ist für alle gleich. Ihr müsst dazu einfach, ich blende euch mal ganz kurz, wir switchen bei Ingame, ich zeige euch, wo ihr den Code eingeben müsst, danach zeige ich euch auch, wie die Statuen aussehen. So, wenn ihr Ingame seid, müsst ihr einfach das Geheimgeschenk freigeschaltet haben, klickt auf das Geheimgeschenk, per Seriencode und Passwort empfangen, dann da drauf drücken und dann einfach den Code eingeben und dann bekommt ihr die Statuen. So, dann habt ihr die Statuen, dann müsst ihr einmal in den Untergrund und in eure Basis, ich zeige euch das ganz kurz anhand von jetzt meiner Basis, der Erkundungsset, gehen wir einmal runter. Ich hätte eigentlich auch allein betreten können, egal. Wie verdrück' ich mich da immer? Ja, ich möchte speichern, bla bla bla. So, jetzt gehen wir einmal runter und wenn wir unten im Tunnel sind, da müssen direkt auch meine Basis sein. Genau, so. Und dann drehen wir die mal ganz kurz und da könnt ihr dann die Figuren aufstellen. Wie gesagt, ich zeige euch mal ganz kurz, wie sie aussehen, dass ihr das mal seht. So, wir machen jetzt hier Statuen platzieren und wir müssten, genau, hier haben wir die Chilas-Statue, wir packen die mal ganz kurz. Ah, da sind sie zwar nicht schön, weil es müssten vier Statuen sein, dass sie jetzt hier schön in der Mitte stehen, aber ist erstmal egal. So, wir packen die jetzt mal hier hin. Zack, haben wir jetzt mal die drei Statuen und so sehen die drei aus. Eigentlich sehr hübsch, diese grün leuchtenden und hier haben wir noch ein bisschen die andere Grafikanstellung. Ja, genau. So, also die drei Statuen bekommt man auf jeden Fall über den Code. Könnt ihr euch, wie gesagt, hier in die Base stellen. Auf so Podeste später kann man die ja auch stellen, sieht da ein bisschen schöner aus. Und dann würde ich sagen, Leute, das war's vom Video gewesen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr den Code schon hattet oder nicht und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dennne. Ciao.